Ich ruf mich schon mal langsam ein, denn gleich wird hier richtig Breakdance getanzt, und zwar mit Internetstar Awive. Yo Leute, was geht ab? Was geht ab? Über am Start, über am Start. Er ist einer der erfolgreichsten deutschen Influencer. Awive heißt eigentlich Lukas Michels und ist auf seinem Kanal für jeden Spaß zu haben. Ob Gaming-Videos oder Witze-Wasserschlachten mit seinem Papa, Lukas ist immer für eine Überraschung gut. Hi Lukas, cool, dass du heute mit dabei bist. Was macht für dich den Anreiz am Breakdancen aus, dass du das heute unbedingt mal ausprobieren willst? Ich habe tatsächlich viele Freunde, die das machen und ich habe immer schon öfters mal zugeschaut und so, aber es noch nie ausprobiert, deswegen heute wird mal Zeit. Und was glaubst du, wie stehen die Karten? Wir werden es sehen. Aber ich gebe Gas und mal gucken, was heute geht. Okay, ich bin gespannt. Wir wollen dir natürlich den Wunsch hier bei den Sportmachern erfüllen und dafür haben wir einen richtig coolen Trainer organisiert und das ist der Lennart. Lennart ist leidenschaftlicher Breakdancer und Trainer in einem Jugendclub in Köln. Seit vier Jahren tanzt er schon und liebt es, sich in sogenannten Battles mit anderen zu messen. Er kennt die Breakdance-Tricks ganz genau. Lennart, du hast schon viel Erfahrung im Breakdance. Wie schwierig ist das jetzt heute für Lukas da heute irgendwie reinzukommen? Ja, also am Anfang hilft auf jeden Fall ein bisschen Rhythmusgefühl. Ich weiß nicht, hast du vorher Erfahrungen mit dem Tanzen? Äh, ne. Ja, dann die Basics werden wir auf jeden Fall bestimmt alle decken können. Da bin ich gleich mal gespannt, wie es losgeht. Und ganz zum Schluss kommen wir dann auch noch zu einem Breakdance-Battle, denn Lukas zeigt uns seine erlernten Skills gegen Breakdance-Profi Melina. Melina ist mit ihren elf Jahren heute schon eine der besten Breakdancerinnen Deutschlands. Schon mit neun Jahren gewann sie die Deutsche Kindermeisterschaft. Sie übt neben der Schule jeden Tag neue Moves ein und überzeugt sogar auf internationalen Bühnen. Ein echtes Powergirl. So Lukas, gleich geht's los mit dem Battle. Das ist deine Battlepartnerin Melina. Was sagst du? Ich hab's grad schon gesehen, also ich hab wirklich Angst. Warum machst du genau Breakdance? Also, Breakdance macht mir Spaß und ich finde Breakdance auch an sich cool. Ich bin gleich gespannt aufs Battle. Let's go. Ich zeig dir jetzt erstmal den Grundschritt. Okay. Das ist so der Basic-Top-Rock, das ist der hier. Ja, so. Das sieht schon echt cool aus. Danke, ja. Am Anfang setzt du erstmal deinen rechten Fuß vor deinen linken. Du kannst dich auch so ein bisschen so reinlegen in, das mach ich immer, so schläg ich... Ja. Genau, ja. Genau. Der zweite Basic ist schon hier unten. Ganz einfach. Ja, ich seh's. Das ist der, das ist der Six-Step, das ist der hier. Zack. Einmal einhaken. Zack. Linkes Bein raus. Jetzt hab ich wieder so. Rechtes Bein raus. Zack. Dein linkes Bein geht unter dein rechtes, genau, und den rechten hier einhaken. Yeah. Und jetzt nimmst du das rum. Das hier? Ja. Und wieder vorne. Jetzt bist du wieder vorne. Crazy, okay. Und theoretisch kannst du das jetzt endlos machen. Das war mein Ziel, das erstmal flüssig hinzubekommen. Den Six-Step hat Lukas echt schnell drauf. Deswegen zeigt Lennart ihm direkt den nächsten Move. Sehr schön. Und gleich machen wir den Baby-Freeze. Ja. Das ist der hier. Okay. Das sieht so aus, als könnte man das irgendwie erst, wenn man so zehn Jahre trainiert. Also den Ellenbogen nimmst du an dein Knie. Außen? Genau. Und den Ellenbogen so an deine Hüfte oder mehr so an deinem Po. Ja. Dann legst du die Hände ab. Ja. Und legst dich auf deine, deine Arme. Die sind quasi nur eine Stütze. Ach du . Okay, okay, okay. Okay, das sieht richtig heftig aus. Ich kann mir das mal von hinten angucken, ob der... Ich hab, ich werde safe überkippen, ne? Mach den, mach den. Ja, so genau. Ja. Nee. Ja. Der Kopf kann auch noch eine Stütze sein. Du hast dann quasi so eine Dreiecksstütze. Das ist generell stabiler, glaube ich. Ja. Okay. Ja. 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 Oh. Boah, das war schon gut. Okay, warte. Du fühlst langsam. Yeah. Nice. Let's go. Sehr schön. Sehr gut, sehr gut. Puh. Gut aus. Wenn du hier in der Position bist und die hältst, streckst du das Bein, was auf dem Knie legt, nach vorne aus. Und das andere Bein nach hinten. Ja. Ja. Oh. Ja, das war die Special Edition. Boah. Nice. Yeah. Uh. Super gut. Das sah richtig so smooth aus. Ja, das war 1A. Bauen wir direkt ein ins Battle. Das sah echt schon super aus. Jetzt haben wir schon drei Elemente. Jetzt müssen wir die Elemente für Lukas natürlich auch noch verbinden, irgendwie zusammenbekommen. Ich würde jetzt einfach planen, dass wir so eine Art Chorea machen. 5, 6, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 1, 2, 1. Yeah! Let's go! Der war krass. Der hat sich ja gut angefühlt. Richtig krass. Deine Beine waren richtig weit auseinander. Okay. Battle Time! Dann ist jetzt Showtime angesagt und es beginnt Lukas. Ihr dürft zeigen, was ihr drauf habt. Melina, du legst nach und wir sind gespannt. Auf jeden Fall. Hey! Let's go! Let's go! Let's go! Nice! Nice! Ohhhh! Oh! Ohhhh! Yeah! Ohhhh! Mega feil! Oh, jetzt geht's auf! Ohhhh! Wow! Richtig krasses Battle von euch beiden. Melina, du hast den Laden auf jeden Fall richtig abgerissen mit deinen Skates. Mit dem, was du drauf hast. Aber Lukas, von dir bin ich auch wirklich positiv überrascht, dass du das heute in deinem Kopf wirklich auch auf die Matte gebracht hast. Ja, es war erst mal generell übel die coole Erfahrung, einfach mal so diesen Sport zu machen. Weil ich war noch nie in Kontakt mit Breakdance und sowas. Aber du natürlich ganz andere Liga am Ende. Der ging gar nichts mehr bei mir. Es sah richtig cool aus, generell wie du dich bewegst und so. Echt Respekt und danke an euch beide. Und auch gerade an dich, der mir hier den ganzen Tag alles gezeigt hat und so. Lennart, du warst der überragende Trainer. Was sagst du zum Schluss? Echt stark die ganzen Sachen, die er heute gelernt hat. Dass er sich das alles merken konnte, hat mich auch beeindruckt auf jeden Fall. Wenn ihr zuhause Bock habt wie Lukas, dann probiert es doch einfach mal aus. Macht auf jeden Fall jede Menge Spaß.